Hallo und herzlich willkommen zum Fitness-Professor. Heute möchte ich euch erklären, warum Dehnung gut fürs Herz ist. Ja, die Dehnung oder das Stretching ist ja in den letzten Jahren oder man könnte fast sagen Jahrzehnten immer wieder heiß diskutiert. Ja, was bringt Stretching wirklich? Bringt es mehr Muskeln oder weniger Muskeln? Bringt es Verletzungsprophylaxe oder keine? Sicher ist aber, dass Dehnung zum Beispiel gerade im Kontext zum Beispiel mit Rückenschmerzen dem einen oder anderen durchaus hilft und natürlich das probate Mittel schlechthin für die Flexibilität ist. Jetzt gibt es eine nagelneue Studie, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Die ist gerade erschienen von Cato und Kollegen. Ein Review bzw. eine Meta-Analyse. Ihr seht hier den Titel. The Efficiency of Stretching Exercises on Arterial Stiffness in Middle-Aged and Older Adults. Vielleicht erst mal ganz kurz, was ist das überhaupt, eine Meta-Analyse? Also ihr müsst euch vorstellen, wenn wir Studien machen, dann sind das meistens sogenannte Randomized Controlled Trials. Also Randomized steht für zufällige Gruppenzusammenstellung. Controlled heißt, dass man immer eine Interventionsgruppe und eine Kontrollgruppe hat. Das kann auch manchmal, können es zwei Interventionsgruppen sein, wenn man einen Standard vergleichen will mit etwas Neuem, die über eine Zeit lang etwas trainieren zum Beispiel. Ja, und Trial ist dann eben der Feldversuch, die Studie. Und wenn man ganz oder mehrere solche Feldversuche hat oder Studien und die dann vergleichen will, dann macht man ein Literatur-Review und am Ende könnte man zum Beispiel, wenn man denn wirklich absolut vergleichbare Studien hat und eine gewisse Anzahl davon, eine Meta-Analyse machen. Das bedeutet alles nochmal statistisch neu bewerten und dann mit einer entsprechend großen Endzahl. Das heißt, wir reden hier wirklich so über die Spitze der evidenzbasierten Pyramide und deswegen nicht irgendeine Studie, sondern was ganz Interessantes. Und etwas, was mich hat hellhörig werden lassen. Hintergrund ist ganz einfach, wir haben ein Riesenproblem. Der größte Killer weltweit ist nicht etwa Corona oder sowas, sondern das ist Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und die stehen in sehr hohem Maße zusammen mit arterieller Steifigkeit und der vaskulären endoziellen Dysfunktion. Das bedeutet also, vaskulär meint unser Herz-Kreislauf-System, unsere Gefäße. Endothel sind quasi die innersten Wände unserer Gefäße. Hier sind vor allem die Arterien gemeint. Und die Arterie hat natürlich eine gewisse Elastizität. Die braucht sie auch, um unser System gut zu versorgen. Hier seht ihr ganz unten rechts diese kleine Abbildung. Da ist mal so eine leicht verstopfte Arterie dargestellt. Also wir reden dann von Atherosklerose, also quasi eine Gefäßverkalkung. Und die ist so ein bisschen der Anfang allen Übels, wenn es darum geht, wir reden über Herzinfarkt, wir reden über Schlaganfälle etc. pp. So, was diese Studie jetzt gemacht hat, ist, sie hat mal geguckt, ob Dehnung tatsächlich einen positiven Einfluss auf unser Gefäßsystem hat. Und das ist ja ein ganz, ganz spannender Punkt, weil wir wissen zum Beispiel, dass das beim Ausdauertraining der Fall ist. Wir sind uns noch nicht so ganz sicher, ob das beim Krafttraining der Fall ist. Aber bei Dehnung, da glaube ich, haben die wenigsten mal drüber nachgedacht. Ja, was wurde hier gemacht? Wir wissen, die arterielle Steifigkeit und die Dysfunktion nimmt im Altersprozess zu. Sie können eine Rolle bei der Entwicklung, wie eben genannt, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen spielen. Wir wissen, dass Aerobistraining entsprechend hier funktioniert und beim Kraftsport wissen wir es eben nicht genau. Daraus resultiert eben meine Frage, wie sieht es beim Dehnen aus? Ja, man hat ganz gründlich in den einschlägigen Datenbanken hier PubMed und Ovid recherchiert. Die Einschlusskriterien waren sowohl randomisierte als auch nicht randomisierte kontrollierte Studien und Menschen im mittleren Alter oder Mitmenschen im mittleren Alter. Das heißt so ab 40 aufwärts. Ich finde das immer ein bisschen traurig, weil ich da auch zugehöre. Aber deswegen habe ich natürlich noch intensiver gelesen, diese Studie. Ja, die Trainingsinterventionen waren beschränkt auf das Dehnen und man hat primäre und sekundäre Variablen gemessen. Ich gehe die jetzt ein bisschen schneller durch, damit will ich euch nicht zu sehr langweilen, aber wer Lust hat, kann sich das ja mit einem Stopp-Klick auch noch länger anschauen. Und die Studie und die Referenzen bringe ich euch nachher auch noch ins Bild. Also hier wurden als primäre Variablen die Veränderungen in der arteriellen Steifigkeit genommen, also zum Beispiel Pulswellengeschwindigkeit oder eben hier Augmentation Index oder Herz-Knöchel-Gefäß-Index. Das bedeutet also im Prinzip, die Blutflussrate bestimmt sekundäre Variablen, Veränderungen der endothelialen Funktion. Hier würde Hyperermie, periphere Arteriellenindex oder flussvermittelte Dilatation, also eine verbesserte Durchblutung durch einfach eine Weitung der Gefäße gemessen. Ebenso der hämodynamische Status, also Herzfrequenz, Blutdruck etc., also die gesamte Hämodynamik des Herz-Kreislauf-Systems und auch Muskelflexibilität mit dem Sit-and-Reach-Test. Ja, man hat sechs randomisierte, kontrollierte Studien und zwei nicht-randomisierte, kontrollierte Studien mit insgesamt 213 Probanden ausgewertet. Die hatten eine ziemliche Spannbreite. Ihr seht hier, Probandenanzahl waren zwischen 13 und 50 Probanden. Die waren zwischen 44 und 71 Jahre alt, also durchaus relevantes Klientel benutzt. Und man hat hier sowohl aktives als auch passives und auch kombiniertes Dehnen mit reingebracht. Und ihr seht, die Trainingsdauer war so irgendwo zwischen 15 und 60 Minuten, drei bis sieben Mal pro Woche und das dann über vier bis zwölf Wochen. Also die Studien waren da schon noch ein bisschen unterschiedlich. Umso erstaunlicher, dass sie dann doch eine relativ einheitliche Sprache am Ende geschlossen haben. Darauf kommen wir jetzt direkt. Das sind die primären Variablen. Hier evaluiert durch fünf Studien. Die arterielle Steifigkeit wurde durch das Dehnen im Vergleich zu der Kontrollgruppe signifikant reduziert. Und wenn wir uns mal die Effektgröße anschauen, hier mit 1,0, ist es auch nicht nur so gerade eben, sondern ein deutlicher Effekt. Hurra, es hat funktioniert. Sekundäre Variablen. Hier durch drei Studien evaluiert. Die Endotel-Funktion wurde das Dehnen ebenfalls signifikant verbessert. Und hier sogar mit einer Effektgröße von 1,15. Die Statistiker unter euch freuen sich jetzt. Weitere sekundäre Variablen. Hier nochmal die Evaluation durch sechs Studien. Hämodynamischer Status wurde signifikant reduziert gegenüber der Kontrollgruppe. Die signifikante Reduktion der Herzfrequenz gegenüber der Kontrollgruppe. Das ist ja gut, wenn es reduziert ist. Bin ich entspannter, bin ich lockerer. Es gab keinen signifikant Unterschied im systolischen Blutdruck, dafür aber im diastolischen Blutdruck, der in diesem Kontext wahrscheinlich sogar noch wichtiger ist. Ja, außerdem die Flexibilität durch das Dehnen. Wer hätte es gedacht, man wird flexibler durchs Dehnen, also beweglicher. Ja, wir können jetzt schlussendlich noch diskutieren, wie kommt das zustande. Die Autoren diskutieren das eigentlich ganz interessant. Wahrscheinlich lässt sich das Ganze auf eine erhöhte NO-Produktion, das heißt Stickstoffmonoxid, durch Endothelzellen zurückführen. Das ist ein Stöffchen, was, wenn es ausgeschüttet wird, eben eine solche Gefäßdilatation, also eine Weitung der Blutgefäße bringt. Und das ist durchaus plausibel. Den Stimuli kann die Expression eben von auch Enos sein, also diese endotheliale Nitric Oxid Synthes Messenger Rebonuclide Acid. Das musste ich jetzt ablesen. Guckt selber nach, was es genau ist. Und in vitro Studien konnte man auch schauen, dass auf der einen Seite das Enos erhöht wurde, auf der anderen Seite das Rost, also die freien Sauerstoffradikalen, vermindert wurden. Und das passt eigentlich ganz gut zusammen, so aus Sicht der Autoren zumindest. Aber ich finde es auch sehr schlüssig in der Diskussion. Ja, arterielle Steifigkeit. Dehnen reduziert die arterielle Steifigkeit. Weitere Studien, die es noch gibt, weisen zum Beispiel auch nach, dass es mit statischem Dehnen und Yoga funktioniert. Aerobes Training funktioniert ebenso. Und natürlich steht die Steifigkeit funktionell mit dem Gefäßtonus zusammen, welcher durch das sympathische Nervensystem reguliert wird. Ihr wisst, Sympathikus, Parasympathikus, der Sympathikus, der lässt mich morgens aufwachen und Energie bringen. Und der Parasympathikus, der holt mich wieder runter. Und das macht ja durchaus hier Sinn in der Diskussion. Ja, bezogen auf Hämodynamik, beide, also sowohl Herzfrequenz als auch Blutdruck, werden durch das sympathische und parasympathische autonome Nervensystem natürlich reguliert. Ausdauertraining und Yoga können den parasympathischen Output verbessern, also runterbringen. Das wissen wir, das ist nichts Neues. Dehnübungen können aber ebenso die autonome Herzmuskelmodulation durch die Erhöhung der parasympathischen Aktivität beeinflussen. Das ist eine ganz tolle Sache und ehrlich gesagt wissen wir das ja auch schon lange. Wo machen wir häufig Dehnungen, zum Beispiel in einem Cooldown einer Sporteinheit. Und da kommt man ein bisschen runter, da kann man sich nochmal ein bisschen konzentrieren, ein bisschen durchatmen, die Muskeln nochmal ein bisschen langziehen, den Muskeltonus erniedrigen und wie wir jetzt eben seit neuestem auch wissen, auch was Gutes für seine Herz-Kreislauf-Tätigkeit tun. Ja, zusammenfassend, Dehn kann ein nützliches Werkzeug sein, welches definitiv seine Daseinsberechtigung in einem Trainingsprogramm haben sollte. Den könnte über längere Zeiträume die arterielle Steifigkeit verbessern und die arterielle Steffigkeit ist unter anderem ein Marker für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und ich erinnere nochmal, wie beim Anfang, das ist Killer Nummer 1 weltweit, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und wenn ich mich regelmäßig dehne, kann ich etwas, höchstwahrscheinlich etwas dagegen tun. Ob das wirklich so ist, schlussendlich, ist noch ein bisschen unklar, weil da muss man natürlich diesen direkten Zusammenhang noch bringen. Das heißt, da fehlen natürlich noch ohne Ende Studien, aber die Möglichkeit ist gegeben. Und für mich ein toller Grund, sich regelmäßig zu dehnen. Hier seht ihr noch die Referenzen, wer das genauer nachlesen will. Und ich würde sagen, sonst rede ich hier immer über Kraft, aber heute dehnt ihr euch mal schön. Viel Spaß!